ich versuche den da hin zu klatschen wie warum ist notstrom an kann mir jetzt mal einer sagen warum notstrom an ist die sind noch nicht mal an die unterschiedlichen akkuladungen immer wieder ein highlight ja passt gott so dank dass man das hier noch hinkriegen soll warum gott verflucht ist du fühlst dich schon es sind nicht mal die angegangen das ist so hier nochmal das ganze und ich möchte jetzt dass dieser gerade so kann man hier mal bitte was noch hinsetzen dankeschön so kritisch soll er jetzt hier erstmal ankommen und dann sehen wir weiter verflixt 50 habe ich also als nächstes gehe ich da hin und mir den 90 sind halt überall noch ein paar k länfe verbattert er hier jetzt auch nach und nach kommen wir der sache schon näher können nochmal hier ist die ströme und so angucken wenn wir halt bis dahin kommen wäre es schon ein bisschen besser der hat das ganze rohr an und dann geht es schon mal wieder gefahren zu sein würde ich sagen ja gut so hier sind 3200 jetzt drin okay gucken wir mal was man mit dem machen können das sind passiver na klar so machen wir hier auch passiven der soll die einfach raus geben jetzt bin ich mal gespannt wenn er hier 3200 pro aktion rein ballert was dann hier abgeht hat die hier okay und die hat auch alles klärchen er macht los 3200 kommen ins system rein und alles weitere man sie ist es wirklich so es liegt hier an diesem gott verfluchten leeren fässern weiter geht es hier im gesangsverein mal diesen mal den 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 tja das heißt den nochmal weg den eins tiefer so okay und da haben wir noch einen der noch blinkt so okay und da haben wir noch einen der noch blinkt so okay so okay und so einmal hier diese ganze struktur wieder aufbauen es ist doch geil die kommen hier runter der kommt da auch mit rein die kommen hier unten rein sie fragen ich glaube ja wer es eher so der ähnlich rum so gut die kommen dann irgendwo da oben rein weiter vorbereiten auch ich hier an der stelle nicht laufen zurück die 3000 haben scheinbar schon was gebracht wie jetzt hier die ströme sind ok ja die haben schon was gebracht hier sind zwar immer noch keine so weit drin aber das läuft schon mal hier scheinbar wirklich ein bisschen besser das war wirklich die lösung den aufzug hier noch ranzuballern das war völlig krank werden da auch noch fässer produziert und gerade irgendwas abnahme haben im zweifel müssen wir den zug per hand anhalten damit das dann wirklich nur noch über diesen bereich hier geht aber erstmal freut es mich dass hier scheinbar jetzt mehr durchsatz ist gucken wir uns das mal bei den flüssigkeiten an in der stunde 1,7 million verbrauch krank wir haben hier nicht nicht einsprung nach oben ne ist immer noch minimal aber ich denke schon dass wir auf dem richtigen weg sind jetzt kommen wir hier nochmal 3600 3200 rein drohen haben wir genug dafür so lassen ich denke mal ich bin manuell hier hantieren ist blöd ich denke mal ich werde dann genauso wie das signal diesen zug hier steuern reingelegt weggenommen irre aber hier sind mal leere fässer ne also dass man sich mal so über leere fässer freuen kann aber 28 million da sieht man auch schon hier braucht schon eigentlich einen ganz anderen durchsatz so so 300 haben wir jetzt auch voll, dann gehen wir nochmal hier hoch und zwar direkt nah dahin, weil hier müsste eigentlich ein Signal auf Rotbegrün. Rot. Okay, das rote Signal, das müssen wir hier abfassen. Ja. So, noch mal 300 rein. Das ist total geil. Das heißt, einmal diesen, einmal diesen und hier aktivieren, wenn er Fässer unter 500 sage ich jetzt erstmal. Was haben wir hier drin eigentlich für einen Wert? 100. Okay, machen wir den auch unter 100. Oh, es bleibt mal ein Fass, acht Fässer mal drin, ganz kurz. Irre. 2,7 haben wir drin. Das reicht. Ja, ne. So, knapp über eine Spielstunde. Dann das Ding hier komplett leer. Und ich vermute bald, die sind dann noch nicht leer. Das ist kacke. So, erstmal hier. So, hier hin. Kommt der da rüber? Kommt der da rüber? Kommt der da rüber? Kommt der da rüber? Ja, das fühlt sich schon wieder alles. Das ist schon mal wieder sehr, sehr gut. Die nächsten 3200. Die sind weg. Und sie sind weg. Es ist völlig, aber... Ich meine, wir haben ja einen Ölzug. Wir haben einen Ölzug. Ne? Der steht ja hier. Brauche ich bloß ummodeln. Und... ... ... ...